Sprich etwas gegen ein islamisches Theologiestudium in Deutschland, kommt darauf an, wenn du das machst, damit du einen anerkannten Abschluss hast, aber du kennst den Islam, den wahren Islam, dann inshallah weiß ich nicht, was dagegen spricht, aber wenn du dort deine islamischen Quellen und dein Islam herholen willst, dann nicht.